hallo youtube schön dass ihr da seid zu einer weiteren folge adventskalender 20 21 törchen 5 in unserem fall ist es aber tütchen nummer fünf nummer fünf so ja erst mal vielen dank fürs gucken dass ihr auch die kommentare da lasst und ja es geht heute weiter tatsächlich mit dem fünften türchen oder in unserem fall tütchen dann möchten wir aber auch noch sagen ihr habt ja gestern ein neues video bekommen in der rubrik adventskalender 20 21 meiner frau diese video erst aus vier videoteilen zusammengeschnitten und das hat die meine frau lukas mama für uns beide gemacht wir wollten euch das aber nicht vorenthalten weil wir das so toll fanden und haben gedacht wir setzen das mal online man muss dazu sagen ich werde diese videos immer in vierer blöcken zusammenschneiden in vierer blöcken und euch dann hochladen das heißt ihr bekommt alle vier tage von meiner frau ein neues video wo vier weitere türchen geöffnet werden so wenn wir aus handhaben bis zum 24 ich freue mich drauf und es wird bestimmt noch lustig ja könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen du holst das fünfte tütchen ich mache schon mal die kamera an und zeige euch mal unser teilchen und du gehst mal flitzen hau rein so da ist das gute stück da haben wir heute geht es weiter heute bauen wir nicht dass ich so richtig sehe vorne an also sprich hier und ja dann schauen wir doch mal weiter was noch passiert du bist schon wieder da gibt es nicht gibt es einfach nicht der kerl der steht jeden der steht den ganzen tag davor wenn er nicht in der schule ist dann steht den ganzen tag davor und guckt auf den adventskalender wo denn die tüchen sind oder tüchen die tüchen wahnsinn der kerl ist was soll ich euch da jetzt zu sagen das funktioniert nicht so wir haben hier die fünf die fünf die fünf die fünf die fünf die fünf drei mal fünf ist 5 plus 5 plus 5 plus 5 ist 3 nein 10 ja das ist ja 5 5 plus 5 10 und nochmal 5 sind 10 15 Nase Mando komm her so 15 wir haben ja immer Spaß ne ja ich hole jetzt mal hier dein Werkzeug das brauchst du ja ja und dann würde ich sagen fangen wir mal an hier das Tütchen aufzumachen ich sehe schon wir hab heute bisschen mehr ja das sehe ich auch also seht das nicht so dort ne das könnte heute was länger dauern ne ja wie das denn mal ja A B C also A, B, C A, B, C Einen Manno Manometer Einer Peter Leute und die Und wie es befehlt, tut ein Daumen nach oben, tut die Torte, tut die Apelbotteln, deine Wiesmeer an Hetzeletter 20, 21. Verpasst. Verpasst. Das hast du sehr schön gesagt, besser hätte ich es gar nicht sagen können. Wahnsinn. Ich behe auch immer auf. Ja, merkt man. Ja, auch auf mein Taf. Ja, super. So, jetzt gucken wir mal. Ach du weißt, hier ist aber wieder viel. So, hier haben wir mal Gläser für die Lampen. Hier haben wir das Frontteil. Darf ich das? Genau. Was hast du da? Lass mich mal gucken. Ah, das ist der Turbolader. Okay. Der Turbolader, den hat der Luca hier. So, da ist er. Das haben wir schon gezeigt. Das haben wir schon gezeigt. Weil ich das schon gezeigt habe gerade. Ich mache. So, und was ist das? Ich habe keine Ahnung. Das will wahrscheinlich irgendwie eine Klappe sein. Aber... Ich weiß. Das kommt... Ja, da kommt so einiges dran, ne? Ja, das muss abgetippt werden hier. So, dann lass uns mal... Ja, lass mich mal mitgucken hier. Erst... Hör mal, Kollege Schnürschuh. Da abgnen. Abgnen. So, also. Also, du hältst hin. Hier hoch. Mach mit beiden Händen ruhig. So, und dann hältst du das mal... Na, da. Einmal. So, und jetzt musst du aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja, genau. Da... Hin müssen. Zugneifen. Super. So. Den müssen wir doch was abgucken. Mal das im Müll. So, dann hier. Den da oben. Nur den. Da. Und zu. Super. Da war es schon. Einmal... Ne, noch einmal müssen wir. Und zwar den da. Und Knaps. Knaps, Knaps. So. Das war Nummer zwei, wo wir knallen müssen. Die lassen wir jetzt noch dran. Oder machen wir die auch schon? Doch, die können wir auch schon machen. Komm. Soll ich die abmachen? Ne. So. So, die müssen wir hier. Da. Da. Ja. Machen wir mal. Okay. Okay. Ab das nicht. Denn. So. Und jetzt einmal. Und. Da. Nein. Moment, Luca. Langsam. Ein bisschen langsam zusammen machen. Langsam zusammen drücken. Drücken. Okay, super. Jetzt machen wir das gleiche nochmal. Aber du, ich habe das Töte gesagt. Ja, hast du sehr schön gemacht. Ne, 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 ne. Erstmal da. Halt. So, jetzt. Und jetzt. Wo ist er? Da. Da ist der eine. Und der andere. Da. Okay. Das war es mit der Sonne. Genau. Das war es. Und das war es damit. Müll. Müll. Fertig. So. Fertig. Dann wollen wir mal anfangen. Also, wir haben jetzt. Ich hole mal die Kamera hier rüber. Lass das mal liegen. Damit man das auch alles schön sieht hier. So. Jetzt hoffe ich da. Es war. Ah, da. So. Das heißt, wir haben hier. Das kleine Teil. Den. Turbolader. Wir haben die beiden. Laser für den. Für die Lampen. Und wir haben das Frontteil, wo die Lampen dann auch schon mit dran sind. So. Ja. Dann. Gucken wir mal, dass wir das jetzt hier hinkriegen. Ich habe eine Idee. Warte mal. Ich hole das schon mal rüber. So. Wartet mal. Ich probiere mal was aus. Ich hole das schon mal rüber. Denn wir haben ja hier. Eine Kleinigkeit. Ne. Das funktioniert so nicht. Aber. Das müsste funktionieren. Schwupp. Die Wupp. Und nach unten. So. Vielleicht seht ihr da ein bisschen mehr, was wir hier zusammenbasteln. So. Den legen wir mal hier an die Seite. Da hin. Aber seh dich. Wo ist der Turbolader? Da. So. Dann fangen wir jetzt am besten mit dem Glas hier an, ne? Würde ich sagen. Oh Mann. Das ist fair. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich mit dem Glas hier anziehen, da ich... Ne. Ich brauch die Zange nochmal, bitte. Deswegen hält das nicht. Hier. Hey. So. Dann müssen wir tatsächlich. Ne. Müssen wir nicht. Wenn du mal deine Hand runter nimmst, dann kann der Paffe nämlich mal irgendwas gucken. So. Und zwar gibt es hier in dem Teil hier so eine kleine Nase. Also in dem roten ist die Nase und in dem anderen ist die... Hör mal auf, die Grimassen hier zu schneiden. Hör mal. So. So. Einmal. Und jetzt muss ich einfach mal wieder gucken. Wo ist das Teil? Da. So. Und zwei. Jawohl. Fällt auch nicht raus. Ihr seht es hier. Ja. Haben wir schön... Haben wir jetzt schön reingemacht. So. Da ist er. So. Einmal bitte. Da hin. Jetzt gucken wir mal das. So. Dann kommt... Wo ist er? Der. Kommt jetzt hier unten dran. Hä? Wobei ich ja sagen würde, dass wir erst den Turbolader dran machen müssen. Du sollst doch keine Grimassen ziehen. Nicht was dort. Banana. Ist was dort. Guck mal. Der ist auch noch zu viel hier oben. Ey. Hierbleiben. So. Den müssen wir nämlich auch abmachen. Der gehört da nämlich gar nicht dran. So. Jetzt muss das alles noch da sein. Und jetzt müssen wir hier unten noch... Und da steht die Video wieder zur Ente. Ja. Sobald wir es dann an dem Teil dran haben, ne? Den. Oha. Vorsichtig, ne? Nicht so wackeln. Muss das jetzt nach unten? Oh. Das muss nach unten. Oh. Ja. Der kommt davon, wie du deinen dicken Bauch da hinlegst. Und wo ist das? Bananer? Nein, nix Bananer. Bananer? Wenn du dich mit Bananen unterhalten willst, ne? Ja. Dann musst du auf eine Bananenplantage gehen. Warum? Weil das so ist. So. Bananer? Da haben wir es. Ihr Lieben. Das seht ihr? So. Da haben wir es. Ich tue auf Zeich. Super. So. Und jetzt? Muss das noch da unten dran. So. Und das wird. Fertig. Das und die Vögel ist jetzt zur Ente. So, meine Lieben. Damit hätten wir vorne jetzt einen Turbolader, die beiden Lampen dran, die Halterung für die Lampe. Und ich glaube, das untere, das könnte irgendwie eine Aufhängung oder so sein. Und die Vögel? Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde fast sagen, es ist eine Aufhängung vielleicht für... Und die Vögel schon wieder... Die Lenkung. Und die Vögel schon wieder zu Ende. Genau. Das war es auch schon wieder. Vom Adventskalender 2021 Törtchen, Törtchen, nicht Törtchen, Törtchen. Nummer 5. Und in unserem Fall ist es aber ein Tütchen. Ja. Bis dahin. Euer Kölke. Tschüss. Und Luther. Und Luca. Tschüss. Ich. Ich. Ich kann mich nicht äh. Wir sind oftest. Und ich kann mich cyffeln.